Ahab war von etwa 871 bis 852 v. chr, König des Nordreiches Israel und Sohn des Königs Omri. Ahab heiratete Isebel, die Tochter des phönizischen Königs Setobal von Sidon, wohl aus politischen Gründen. Aus der Ehe ging die Söhne Ahasja und Joram sowie die Tochter Atalja hervor. Biblische Überlieferung Im außenpolitischen Bereich erlebte Israel unter Ahab eine Blütezeit. Die Beziehungen zum reichen Phönizien brachten wirtschaftliche Vorteile, etwa den Bezug wertvollen Elfenbeins für Ahabs Königspalast. Auch mit dem Königreich Judah unter Joschafat bestanden trotz der religiösen Differenzen gute Beziehungen, die durch ein Heiratsbündnis bekräftigt wurden. Zunächst besiegte Ahab ben Haddad II. von Aram und trat dann gemeinsam mit ihm 853 v. chr. In der Schlacht von Kaka am Orontes dem Assyrer König Selmanassar III. entgegen. Er soll jedoch etwa 852 v. chr. In einer weiteren Schlacht gegen die Aramäer tödlich verwundet worden sein. In der Forschung werden die entsprechenden Erzählungen der Bibel bezüglich Ahabs als unwahrscheinlich angesehen. Da sie wohl erst später als anachronistische Ergänzung Eingang fanden. Auf Ahab gehen einige Bauten in seiner Hauptstadt Samaria und die sogenannten Stelle Salomos in Megiddo zurück. Wie alle Mitglieder der Dynastie Omri sieht die Bibel auch Ahab als gottlosen König. Nicht zuletzt aufgrund seiner Heirat mit einer ungläubigen Phönizierin. Ahab ließ zu, dass seine Frau Isebel den Baal-Kult in Israel anführte und Anhänger Jahwes verfolgt wurden. Woraufhin ihm vom Propheten Elia am Berg Kamel Gottes Strafe verkündet wurde. Durch Atta-Jahr, Gemahlen des Joram von Judah, war Ahab ein Vorfahr der späteren Könige von Judah. Untertitelung des Joram von Judah